hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge subsistence hier auf deine bär tv so wir starten heute mal durch indem wir direkt den hühnerstall bauen haben wir ja soweit vorbereitet das gute stück läuft auch schon durch und dann habe ich gerade gehört dass draußen irgendein tier umgehüpft ist da ich wieder mal was zu essen brauche würde ich sagen kümmern wir uns da direkt rum sechs pfeile hat er das sollte reichen ich gehe einmal runter und wieder drauf so ist glaube ich besser so da brauchen wir noch mindestens drei schuss also machen wir es noch mal schön safe hier im winter weil ja ihr wisst ja selber der eiweiß wert ich habe vorhin schon ein fleisch gegessen kurz bevor ich die aufnahme gestartet habe da ist immer noch nichts von zu sehen okay wenn ihr immer so leben seit dann kann ich euch in zukunft noch ein bisschen einfacher holen verstehe ich nicht warum die auf einmal so schleichen nachdem man die das letzte das dritte mal getrocknet oder das vorletzte mal besser gesagt so da haben wir alles da keine faser mitnehmen ist mein wasserloch schon wieder zu machen wir das jetzt hiermit reicht noch nicht der schnee nehmen wir den jetzt was denn da los warum kann ich das nicht füllen was falsch also hier ging es immer wie geht es auch immer noch perfekt sondern gehen wir das einmal verkochen dann stellen wir gleich den hünderstall noch schnell auf und ist ja auch schon wieder dunkel so das kann alles in den schrank das brauchen wir gar nicht ich brauche aber unbedingt und jetzt gucken wir mal wo stellen wir dich am besten hin also wenn ich dich hier vorne hinstelle kann ich dich irgendwie zu bauen so dass du nicht direkt immer abgekleilt das geht aber nicht wegen dem dann stellen wir dich hier unter die treppe so perfekt und dann gucken wir mal eben was die abbild kosten die freilandhaltung der gut fänger weil die hätte ich auf jeden fall schon gerne so schnell wie möglich so dass ich das ganze auch sinnvoll ergibt um damit meine felder zu düngen man noch ein ich habe auch nur noch zwei feilen lassen das man muss doch mal ein bisschen holz besorgen mache ich gleich in der nacht so weiß ich es noch nicht soweit das ist aber fertig und dann müssten wir auch mal gucken dass wir noch ein hühnchen auftreiben und als nächstes würde ich ganz gerne gucken also ich möchte auf jeden fall zu sehen das war so schnell wie möglich hier so ein dinge gebastelt bekommen problem ist dafür fehlen mir aktuell noch die einmachgläser und natürlich auch das gemüse das gemüse ist oben schon im bauch das sollte also bald fertig sein und für die einmachgläser muss ich auf jeden fall irgendwie tauchen gehen und ein bisschen sandstein besorgen damit das funktioniert und zwar sechs glasfragmente pro glas weiß jetzt natürlich nicht ob man die gläser nachher wieder bekommt oder ob man sich die ja immer wieder kräften muss das werden wir auf jeden fall herausfinden wenn es aber cool hat man sie wieder bekäme weil sonst ist das ganz schön kostenintensive sache gut ja und ansonsten was jetzt so den weiteren bauplan angeht müssen wir jetzt auf jeden fall erst mal zu sehen dass wir noch ein paar stromspeicher bauen dann habe ich vor ein paar waffen aufwertungen zu machen zum einen möchte ich mir den reflexbogen auf jeden fall holen bild uns aber auch noch ein bisschen was und zum anderen möchte ich einmal die shotgun aufwerten und dafür brauchen wir auch einiges so dass wir da auf jeden fall noch mal mindestens eine feuerkraft dazu holen möglichst sogar zwei nur mal schauen wie wir das machen wird auf jeden fall ein projekt was noch mal ein bisschen länger dauern wird ich glaube die dürfte jetzt ist noch munition drin perfekt gut dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder sobald das ganze hell wird und ich versuche in der zeit mal ein bisschen holz so da sind wir wieder an einem wunderschönen sonnigen morgen ich habe jetzt soweit schon alles vorbereitet für das erste upgrade das einzige was wir jetzt noch brauchen ist ein bisschen masse und strom und was auch noch ganz gut wäre wäre ein wenig fleisch weil mein proteinwert ist schon wieder bei null das heißt wir gehen jetzt mal gucken ich habe hinten noch einen wolf gesehen schauen ob der noch da ist dann drücke ich dem noch mal ein paar feile in hintern so dass wir ein kleines frühstück haben und dann müssen wir generell mal gucken dass wir uns was zu essen besorgen und ich jetzt hier möglichst ohne rennen klar komme wobei das beim jagen nicht so einfach ist und schüssen brauchst noch drei schuss das heißt machen noch einen safe jetzt fängt es auch noch an zu schneien und jetzt müsste ich ihn mit zwei feilen erledigen 1 und ich auch mit der achs machen so perfekt wieder nur eine einzige leber ich möchte echt mal ein paar tierchen die mir ein bisschen mehr fleisch einbringen aber deswegen ist es ganz gut dass wir jetzt den hühnerstall haben weil der sorgt auf jeden fall dafür dass wir in regelmäßigen abständen ein bisschen was zu essen bekommen und sobald ich mindestens zwei hühnchen da drin habe dann haben wir da auch eine ordentliche portion essen und regelmäßigen abständen so jetzt haben wir eine möhre bekommen ist ja auch schon mal nicht verkehrt weil hier unten sind die ganzen mats für die erweiterung das problem ist nur dass die eine möhre mir natürlich gar nichts bringt deswegen ist sich die jetzt einfach aber erst mache ich die tür zu essen sondern gucken wir mal eben wo die jungs schon wieder rum rennen da ist einer da unten habe ich ihn erwischt bin mir nicht sicher da kommen raus aus deinem ist der da unten drin jetzt festgepackt ist was ich mache ich glaube ich gehe jetzt einfach so holen das ist mir zu blöd hier immer hier in der duckstellung sitzen zwei weg dann müsste aber noch einer sein da hinten wie sieht es aus bluten tue ich nicht mal der weiß das war knapp aber ich glaube ich habe es geschafft so gefällt mir das besser als in der duckstellung in der base zu hocken zumal schnell mein fleisch daraus holen sonst brennt das gleich an sehr cool und ich glaube wir haben jetzt die waffenteile die ich brauchte jawohl jetzt können wir endlich jetzt haben wir endlich genug für den compound bogen wollte ich sagen bzw reflex bogen heißt er ja so wo haben wir sie denn gekillt hier war einer wo ist dein rucksack da noch mehr teile sehr schön und hier oben irgendwo müsste noch einer sein da ist war und da ist ein rucksack oh wie nett das ist sehr schön das spart uns gerade ein bisschen tauchen 59 tauschen wir dann gleich direkt aus das kann darüber das kann darüber das kann darüber ist noch nicht so weit dann laden wir erst den anderen krempel noch aus sehr schön dann gehen wir noch mal eben an den ofen da ist es 59 zack tauschen mal die beiden einmal aus dann kriege ich zumindest schon mal fünf glasfragmente brauchen wir noch eins und was jetzt natürlich noch schick wäre werden hühnchen ja ich merke aber jetzt gerade meine werte sind schon wieder im keller beziehungsweise zumindest beim trinken wert dann holen wir uns noch mal eben was frisches und ich glaube den anderen wolf da den holen wir uns auch der da oben rum flitzt so ja ich hatte bisher leider noch nicht die zeit diesen kleinen sprung zu machen den ich eigentlich vorhatte um den winter zu überspringen und ich bin mir auch nicht sicher ob ich das bis zur nächsten folge hinkriege schauen wir mal ich muss laufen 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 deswegen müssen wir schauen sonst müssen wir diesen winter noch mal ebenso überbrücken ich meine wir werden noch einige winter haben und dann werde ich den größeren sprung im nächsten winter machen das sollte nicht das große problem sein weil das ding ist halt auch mir fehlen tonnenweise nägel und die kriege ich im winter sowieso nicht da ich nicht so viel jagen kann das ist ein gewisses problem so das haben wir schade dass hier nur kaninchen rum hoppeln ich hätte eigentlich viel lieber ein paar hasen ein paar hasen sei schon ein paar hühner gehabt so haben wir das da alles rein mal wie es hier aussieht masse ist fast da sehr schön und ja gut ich glaube strom kann ich schon wieder ausmachen das gute stück das brauchen wir jetzt gar nicht und dann kann ich gleich mal einmal gucken dass ich mir noch ein hier pack nach bastler das war da dann auch klarkommen für sie pack brauchte ich zwei von denen ein von denen ein von denen richtig genau das sehr schön aber das jetzt kann ich schon wieder beide nachbauen bei sprach noch ein moment wasser ist dafür fertig gucke ich in der zeit noch mal kurz nach den beten da ist genug wasser erstmal noch drin das kann ich auch später machen steht da eine kiste ist nur die kante vom felsen pflanzenfaser hier ist jetzt nicht allzu viel zu holen müsste einiges an reparaturarbeiten durchführen wird mir oben eine tomate rausholen nur gerade nicht sicher womit ich das noch mal auffüllen muss da muss ich noch mal gucken was heißt auch fertig dann immer eben noch mal hoch besorgen uns noch mal ein bisschen was an gemüse und dann gehen wir noch mal eine kleine runde los hier haben sie mich schon wieder alles kaputt gemacht so also hier haben wir einmal kartoffeln hier haben wir zweimal zwiebeln drin einmal karotten der rest sind alles tomaten kartoffeln kartoffeln ich glaube ich brauche tatsächlich noch karotten mir aber nicht sicher aber karten sagen habe ich nicht ich kann ihn nur zwiebeln machen und hat sich das ja im prinzip schon erübrigt so das haue ich mir rein dann schmeiße ich noch ein bisschen was in den tierstall da verdirbt das ja auch nicht und dann würde ich sagen darauf war gleich mal los deshalb kriege ich die werte jetzt nicht hin unterwegs noch ein tierchen jagen und dann sollte das passen wärme kit habe ich dabei feine habe ich dabei das zeug habe ich alles dabei den bogen reparieren wäre vielleicht noch eine maßnahme drei seile die hätte ich und so dass drei äste die hätte ich auch so und reparieren wir den bogen und was haben wir hier ach guck mal er ist schon fertig dummerweise gab es nur fünf fragmente ich hätte eigentlich gedacht dass es ein paar mehr gibt aber das ist nicht so schlimm sondern gucken wir noch mal schnell wie es jetzt hier aussieht ach wobei wir können jetzt erst mal das ding entbauen das müsste genau passen bogen ist repariert und da hinten ist nun sauber dann können wir das auch gleich einfangen ausführen freiland haltung das hier ist das nächste abgelt was ansteht das sollte auch kein problem sondern wo ich nur ein barren für jetzt hole ich aber erst mal das tun ich hoffe es bleibt am leben oder jahre ich das niederfall ich nicht genug ausdauer und bleibt stehen glaube es lebt noch jetzt manchmal muss man einfach glück haben zwei kisten nehmen wir natürlich noch mit heilkräuter die pflanzenfasern nehmen auf dem rückweg und die hagebutte pack ich natürlich auch direkt essen und das ist fast tot wenn wir uns beeilen ist dann noch eine kiste gespawnt okay vielleicht nehme ich das mit den nägeln auch zurück für die kisten hier einfach so in der menge weiter vor der tür sparen dann kann ich mir wollen wir da keine sorgen machen so los geht's dann schmeißen jetzt das hühnchen in das gehege da oben ist noch eine kiste cool und rein mit ihr einmal voll die gute stube brauchen wir das einmal schnell auf ich wollte noch einmal kurz gucken was brauchen wir denn für diesen einen barren den eisen fünf kupfer eisen fehlt mir kupfer hätte ich genug muss auf jeden fall noch mal gucken dass wir ein paar eisenpickel auftreiben ein oder zwei stück sollten ja schon reichen dann kriegen wir das nämlich auch auf die kette und ich glaube den rest müsste ich haben so dann holen wir uns hier noch die pflanzenfaser weg und da oben noch die kiste ich muss echt aufhören zu springen da oben ist ein was bist du ein elch der würde jetzt natürlich meine essensprobleme komplett lösen durch das mal wagen wie viele points hast du denn mein großer 315 wer kommt ne ok warum ist der denn jetzt nach einem schuss schon direkt auf mich zugekommen das ist nur ein bisschen fies aber gut ist egal den hole ich mir jetzt sofort einmal meinen rucksack retten und dann packe ich ihn mir alles nehmen die kümmer zerreißen so ist da noch was drin geblieben tatsächlich so jetzt jetzt auch nicht ab ist jetzt ein pfeil und danach noch eine shotgun dann bist du erledigt der haut ab immer hier rum ist nun so hole ich gleich auf dem rückweg so jetzt schön langsam das habe ich ja noch nie gehabt dass der gleich nach dem ersten schuss direkt auf mich losstürmt so hast mich ein leben gekostet das waren über 300 strom aber ist egal nehmen wir mit guck mal und das löst nämlich sämtliche essensprobleme die ich bisher hatte so ich habe mein wasser ist gar nicht dabei bei egal wir gehen zurück und gerade die kisten noch hier auf dem weg waren hat er mich jetzt noch mal erwischt oder ist mir das durch die kälte glaube ich schon wieder noch ein verband also elche lohnt sich kann man sagen was man will aber ich dachte ich werde schon wieder angegriffen vier pfeile hätte ich wie viel braucht er sind 85er kommen dann kannst du auch gleich noch mitkommen mache ich aber safe nicht erwischt ja nun mal gleich 1 es geht diese packerei da schon wieder los naja und so so jetzt haben wir aber reichlich zu essen zumindest für den moment das rein das zerteilen einmal hände waschen fett reicht leider noch nicht sehen habe ich jetzt wieder ein paar das ist schön neue pfeile bräuchte ich gleich noch aber dann sind wir ja schon gut dabei shotgun kann ich noch mal was laden hier kann ich noch mal was laden und damit ist mein holz dann auch wieder aufgebraucht aber meine pfeile sind dafür aufgefüllt wie nur das mindestens schon mal hin ist noch nicht so weit dann kann ich das eine fleischgarten noch mal eben beziehungsweise hier in einem wasserkanister gerade noch mal auffüllen geht hier nicht hier geht es hier geht es dem hühnchen auch im moment noch alles gut er hat ja jetzt fragt so die muss ich noch aktivieren die freien anhaltung da nämlich dann verbraucht das auch nicht so viel essen und es rennt draußen rum und gackert den ganzen tag schön endlich mal ein bisschen essen auf reserve gerade was so das zeug angeht trinken wir noch mal zwei schluck und holen uns oben aus dem beet noch mal ein bisschen was jetzt stolpert hier mein hühnchen über den strand das ist doch schön immer die schon mal mit da hinten wäre noch ein reh so wie sieht es denn hier aus hier ist noch nichts fertig hier hätten wir was fertig weg und hier brauchen wir noch okay auch schon mal die beiden aus müssen das wieder hier rüber und dennoch dazu eine tomate es ich und eine tomate kriegt hühnchen so da solltest du auch erstmal mit auskommen denke passt schön aber ich finde es war ein bisschen gesellschaft hier nicht immer alleine rum rennen genau das wasser ist noch nicht soweit jetzt wollte ich einmal gucken wegen dem nächsten abbringt wir brauchen immer noch eisener ansonsten die legierung müsste ich haben die kann ich mir schon mal rausnehmen also zwei kleber habe ich die habe ich es ist nur der eine eisenbarren der fehlt das kriege ich zusammen und wenn ich den generator anschmeiße habe ich auch ratzfatz die 300 strom sollte also kein problem sein kann doch schon mal hier unten hin davon brauche ich welche das brauche ich und jetzt ist wirklich nur noch da ist ja wie kriegen wir so schnell wie möglich eisen ran noch mal eben einmal hier nicht müsste ich hier noch weiter aufwerten aber das geht schon nicht aufwerten sondern reparieren aber das mache ich nach der nächsten holzfuhr ich dann hoffentlich heute nacht besorgen werde dann überlegen ob ich einmal versuchen noch mit euch richtung höhle zu rennen weil ich glaube da würden wir genug eisen rein kriegen das war das upgrade da noch durchziehen können dann wäre der hühnerstein nämlich auch abgefrühstückt und wir könnten uns um die nächsten sachen kümmern dass wir da weiterkommen ich versuche es jetzt mal so ein bisschen ohne rennen soweit es denn geht einiges an gewächs jagen umstehen im baum nehme ich noch mit so den hätten noch mal kurz auf die map geguckt einfach weiter in die richtung laufen und dann kann ich die höhle kaum noch verfehlen federn sind im moment übrigens auch schon wieder mangelware also ich muss mit meinen pfeilen ein bisschen aufpassen gute nachricht ist allerdings dass ich das jetzt die freiland haltung habe die hühner auf level 10 kommen in meinem hühnerstall und ich dadurch eine ganze ecke mehr federn bekomme dauert zwar auch immer moment bis die level 10 sind aber da kann man dann nachher die weiteren slots dazu kaufen und schwuppdiwupp hat man eigentlich immer eine sehr sehr schöne ladung an federn die man da rein bekommt und zusätzlich natürlich auch an dünger darf man auch nicht unterschätzen und das hilft dabei dass das gemüse schneller wächst was sowohl den hühnern als auch mir hilft und die eier die zwischendurch noch dabei rumkommen sollte man auch nicht unterschätzen und das fleisch da ist dieser hühnerstall der bringt schon einiges so ich glaube da hinten wäre noch ein eisenbrocken ich hoffe der wolf lässt mich ja den brauche ich auf jeden fall noch mehr lässt mich nicht muss ich ihn jetzt echt machen kommen wir auch kurzen dienst weg ein risiko jetzt hier eingehen bekommen noch pfeile war gleich noch was zu essen sehr schön so munition kann ich auch schon herstellen also da mangelt jetzt nicht zwangsläufig dann so nehmen wir den noch mit und dann geht es ab bei hause mal sehen was wir hier unterwegs noch auftreiben können fleisch kümmer essen die hage butte kümmer essen da sieht aktuell nicht so aus als wäre hier großartig was nachgespawnt noch das ist ein hühnchen dahinten dafür würde ich tatsächlich noch mal einen kleinen umweg laufen hat auch nicht überlebt da muss man halt immer ein bisschen haushalten wenn das hühnchen dann auf level 10 ist was man hat dass man dann immer gleich neues besorgt könnte ich jetzt auch mit tierfallen machen aber da wir ja sowieso den ganzen tag draußen rum rennen und ich eigentlich bei jeder tour die wir bisher gemacht haben immer mit ein zwei drei hühnern nach hause gekommen bin sehe ich das jetzt nicht unbedingt als notwendig an dem wolf kann ich einfach umlaufen ich habe aktuell genug fleisch nehme ich mir für einen späteren zeitpunkt auf das zeug hier nehmen wir aber noch mit da oben wäre auch noch eine kiste zwei sogar da kommt die humor noch wenn die so nah hintereinander stehen dann kann man schon fast gar nicht nein sagen so einmal waffen nachladen dann noch mal den hühnerstall auffüllen dann gehen wir rein in die gute stube und mein hühnchen ist ja immer noch nicht fertig haben meine werte sind soweit das können wir schon mal schlachten trinken hatte auch genug hast du brauche ich mir noch das steak rein auch mal hier die beiden rein dann kriegen war schon wieder ein bisschen was fürs fett zusammen sieht gut aus das wasser können wir noch einkochen hier so und dann müssen wir definitiv das eisen hier in gang kriegen vier stück brauchen wir noch damit das hinhaut mit dem hühnerstall das kann alles dahin pistol munition ist mir jetzt nicht so bin ich jetzt nicht so schlimm wenn man da jetzt ein bisschen was verloren haben habe ich unter dem strich ja genug von was mich tatsächlich ärgert ist das heike das habe ich kurz davor erst gebaut wir haben schon im prinzip alles wir brauchen nur noch den barren ok wird jetzt dunkel dann machen wir das folgendermaßen ich mache jetzt noch mal einen kurzen schnitt bis wir genug haben genug eisen eingeschmolzen haben für den barren und dann hole ich euch wieder dazu dass wir den hühnerstall noch fertig kriegen ok da hole ich euch schon wieder dazu ich werde mich angegriffen gucken wenn ich direkt an einem vorbei laufe drücke ich ihm ein oh nein und ich habe mein bett gar nicht aufgeladen war so viel dazu nämlich echt back gekriegt jetzt nach trotz kevlau und so ohne besseren spot hätten sie mich gar nicht wieder ausspucken können bei der daraus da muss ja über die halbe map laufen ich glaube gar nicht dass ich das schaffe ein hier beziehungsweise ich habe ich bekommen das ist ja nett und halbtot fängste an super klasse das wird ja ein spaß ausdauer habe ich auch nichts da ist ja eine katastrophe wie groß ist die chance dass ich lebend nach hause komme das ist echt ein ganz schönes stück naja probieren wir es wärmekit mal reingehauen und dann heißt es laufen das war nicht sehr glück glück gehabt ich dachte schon ich breche mir gleich die beine hier Okay. Okay, ich muss an der Stelle tatsächlich sagen, das mit dem Wärmekit habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so lange hält. Ich dachte immer, das hält nur eine Minute. Aber ich bin zu Hause angekommen. Was hatte ich denn jetzt in der Tasche? Ich hoffe nicht, das ganze Zeug. Nee, das hatte ich alles leer gemacht. Holz, was ich gehackt habe, war da drin ganz viel. Naja, dann ist es halt nur noch die Hälfte. So, zu Stoff zerreißen, anziehen, ist hier noch was drin? Nö. Schau mal, das noch essen. Aber noch nichts kaputt gemacht. Oder ein Beet vielleicht? Nö, alles noch am Start, sehr schön. So, was hatte ich hier drin? Nur ein Wasser. Wo waren wir denn mit beschäftigt? Ach ja, genau. Jetzt müsste es ja auf jeden Fall da sein, was ich brauche. Wollen wir das schon mal eben anschmeißen. In der Zeit hier den Rest noch aufräumen. Halt, du nicht. Der Rest bleibt bei mir. Das kommt noch da rein. Ich habe also genug Zeugs da, um auch ein bisschen Munition herzustellen. Sollte noch nicht ultraverschwenderisch werden, aber für den Moment sollte es auf jeden Fall erstmal reichen. Und ich glaube, das war es doch schon, wenn ich den Eisenbarren habe. Oder fehlt da noch was? Gucken wir mal schnell. Warum stirbt das Hühnchen? So, Kotfänger ausgeführt. Verstehe nicht, warum das Hühnchen kein Leben dazu bekommt. Oder hat das einen aufs Dach gekriegt? Nee, das müsste eigentlich alles passen. So, haben wir den auch. Ach so, stopp. Jetzt wollte ich noch einmal gucken. Was würde denn noch ein zweites Huhn kosten? Och, das ist ja auch überschaubar. Das würde ich theoretisch auch schon hinbekommen. Ähm, wäre halt nur die große Frage, ob wir das wollen. Einen Barren, eine Portion Klebstoff herstellen und zwei Bretter. Vielleicht sollte ich die Sachen dafür einfach bereit halten. Und wenn ich mit einem zweiten Huhn wieder zurückkomme, das einfach dann fertig machen. Habe ich genug schon für einen weiteren Barren? Nee, habe ich nicht. Ja gut, dann haut das ja sowieso nicht hin. Gut. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Und dann holen wir uns noch eben das hier ran. Und dann baue ich mir zwei Shotgun-Patronen. Nee, drei sogar. Und hiervon noch eine. So, dann sind wir da schon mal am Lauf. Dann hätte ich ganz gerne noch ein paar Pfeiler. Dann haben wir auch das. Und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Alles vorbereitet, alles schick, alles schön. Und dann kann ich in der Zeit jetzt noch mal eben schauen, wie es mit Reparaturen aussieht. Okay, da brauche ich noch eine Menge Holz für. Ziehen wir hier mal durch. Das reicht für hier. Da bräuchten wir noch mal ein paar Bretter. Wird sich aber auch überall lohnen, einer reinzuklatschen. Nägel sind leer. Oh, oh. Ach Mist, jetzt habe ich die Nägel, die eigentlich für meine Pfeile bestimmt waren, rausgekloppt. So, die ist wieder voll. Die ist auch voll. Brauchen wir erst die beiden Pfeile. Und jetzt habe ich noch einen einzigen Nagel. Na, herrlich. Darum geht's. Da auch. Hier, der hat auch ordentlich einen weggekriegt. Okay, also Nägel sind jetzt tatsächlich wieder das Problem. Der könnte auch noch eine Reparatur gebrauchen hier. Was braucht der denn? Auch Nägel. Der geht noch. Der geht auch noch. Okay. Passt. Gut. Das heißt also, wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall Thema Lootausflug nochmal ordentlich in Angriff nehmen. Wir brauchen eine ordentliche Portion Nägel. Mal gespannt, inwieweit wir das hinbekommen. Und dann werden wir in der nächsten Folge entweder den Hühnerstall nochmal einen aufwerten, dass wir ein zweites Huhn reinbekommen. Das wäre Option 1. Oder Option 2. Wir konzentrieren uns hier auf eine höhere Stromproduktion, sodass wir in Zukunft etwas schneller vorankommen mit den ganzen Sachen. Dafür bräuchten wir also erstmal noch ein bis zwei Speicher. Sowohl Strom als auch Masse und halt noch ein paar Stromgeneratoren. Schauen wir mal, wie viel Holz ich zusammenkriege bis zur nächsten Folge. Und dann entscheiden wir das. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, müssten jetzt andere Videos von mir eingeblendet sein. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.